Woher kommt dieser Animal Crossing Hype? Das ist eine gute Frage. Vielleicht musst du mal eine Bachelorarbeit drüber schreiben, ne? Ich fuhrwerk hier ja aktuell viel rum, ich bin viel am rumbasteln. Guck mal, hier liegt eine Verpackung. Ich weiß echt nicht, ob ich das hier so... Wollen wir das so lassen? Ja, es ist ja echt... Also, was ist das hier? Die Frage muss man sich ja stellen. Was genau... Was findet hier statt? So today, Animal Crossing. Animal Crossing. Animal Crossing. It's not the place you wanna fuck around. Now you're in Nook's town, where crazy shit goes down. Oh, ich hab richtig Bock, Alter. Jetzt seh ich das ja auch mal wieder mehr. Gestern war ja schon Nacht, als wir angefangen haben. Oh, guck mal, die Blämmelein sind auch so ein bisschen gewachsen. Oh, die will ich direkt gießen. Da kann ich nicht... Oh, warte, oh, warte, oh, 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 hä, 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 hä. Ich hab ja noch gar keinen... Hüsse, aber hüsse. So. Ich hab ja noch gar keinen Schmetterling. Es ist ja mein... Nach wie vor, um das hier nochmal zu betonen, für Leute, die die beiden YouTube-Videos nicht gesehen haben oder beim letzten Stream nicht dabei waren. Es ist mein erstes Animal Crossing. Deswegen sind kleine Erfolge für mich große Erfolge. Und da geb ich auch ein bisschen damit an, ne? Ein Schwalbenschwanz. Zwitschern die nicht immer zu zweit zwischen zwei Zweigen? Mal wieder Mörder-Gags. Ist dir schon aufgefallen, dass die, ähm, äh... Dass die Tiefe tatsächlich... Die Tiere meinst du wohl? Nicht die Tiefe. Dass die Tiere tatsächlich alles aussprechen, was in den Boxen steht. Das ist mega funny. Manchmal hört man so Wortfragmente. Da ich wahrscheinlich die ganze Zeit drüber, ähm, äh, konnotiere und drüber laber, fällt mir das wahrscheinlich noch nicht so sehr auf. Aber man kann ja mal zwischendurch so ein bisschen drauf achten. Leute, hört mal ganz genau hin. Ich dreh euch mal kurz den Sound wirklich laut auf. Und dann, dann lauschen wir mal kurz, äh, gemeinsam. Es ist hochgepitcht. Und gleichzeitig... Hört man aber wirklich, was die so sagen. Ey! Oh nein! Benjamin! Benjamin will mich umbringen. Wir wissen ja, er ist ein Serienmörder, Alter. Er ist ein Serienmörder. Er ist hinter mir her. Benjamin ist wieder blutdürstig. Wie bei JoJo's Bizarre Adventure sind seine Fingernägel zu weit gewachsen, Alter. Bleib mir fern! Der will hier nur nicht leben. Der wollte ein neues Leben anfangen auf einer tollen Insel. Und dann hat er direkt so einen hasserfüllten Typen. Was ist hier? Ist das eine Flaschenpost? Wuhu Unbekannter! Ich mach mir immer über meinen Style Gedanken. Geht's noch süßer, noch niedriger? Hier ist eine Anleitung, die dir helfen wird, deinen perfekten Look zu finden. Süße Bastlerin Renate. Renate? Guck mal, das ist der Vorteil, wenn man einen grandiosen Mitbewohner hat, ne? Der kocht für sein Leben gern. Ich werde hier mittags immer, das ist wie bei Hotel Mama. Einfach so reingeliefert hier, ne? Einfach knusprig, knusprig Nudeln, Alter. Boah, ne? Das ist also... Holla die Waldfee. Ein etwas größerer Tisch wäre halt mal ganz nice, ne? Was haben wir denn, ähm, geschenkmäßig? Hier, oh, ein Turban. Geil, lass ich direkt an. Das lass ich direkt an. Ich bin Scheich, Mann. Ich bin, ich bin fricken Aladin. Ich bin der Sultan von Kedostopia. Wir haben auch einen Grill hier und sowas, Leute, ne? Also es ist, es ist traumhaft schön hier. Den Bambus, der würde sich halt... Aber wir müssen so einen Bambusstrand eher machen. Schauen wir erstmal in den neuen Laden rein hier. Und da ist ein Igel! Am Anfang war mir ja gar nicht wohl dabei, dass ihr auf eine verlassene Insel ziehen wolltet. Aber ich habe mich getäuscht. Hier ist es richtig schön. Ich habe ein Problem mit diesem Bild, das ich mir gerade bietet. Es ist natürlich auch super süß. Da hinten sehe ich eine Wassermaschine. Der neue Igel sieht ganz putzig aus. Und auch Schlepp und Nepp. Aber ich möchte halt mal anmerken, dass die alle unter diesen Schürzen nichts, aber auch wirklich so absolut gar nichts anhaben. Da ist nichts. Da ist nicht mal eine Unterhose. Das ist wirklich null. Was ist denn das? Wir brauchen immer noch eine Adresse, von der wir Kleidung beziehen können. Na, das wird billig importiert. Hurra! Kleider für alle! Sagt Raspi-Side, ja? Kleider für alle brauchen die auch. Und mir wird nur zugewunken. Ich bin der Scheich von dieser Insel. Der Sultan. Ich werde hier offensichtlich nicht gebührend begrüßen. Das werde ich jetzt aber mal kurz ändern. Ich bin es! Preiset mich und meinen Turban! Wir wünschen einen reichen Einkauf und dass die Sternis reichen. Dass die Sternis reichen. Hör mal, Nepp. Ich bin der Sultan. Ich muss mir meinen Respekt hier wohl noch erarbeiten. Oh, die Kaffeemühle, die kaufe ich direkt. Klar, rein damit. Ich mache mir auch nachher noch einen richtig schönen Kaffee warm. Och, die Tapfsäule sieht ja auch mega nice aus. Erstmal Geld ausgeben ohne Ende. Ich bin ja schließlich reich. Ich bin ja ein Sultan. Ich glaube, der Boden, den ich nämlich gekauft habe, der ist sehr sexy. Oh Gott, ist der geil. Boah, ist das ein mega schöner Boden. Ja, ja. Da geht bestimmt schon einiges. Was sind denn die Missionen, die wir vorhin hier drin haben? Mal wieder ein Foto machen. Und wir kriegen schon mal jeden Tag auf der Insel. Das ist echt... Es ist wirklich so ein bisschen aufgebaut. Wie so ein Browser-Game. Oder so Apps halt eher heutzutage, wo man so einen Bonus bekommt, je täglicher man sich einloggt. Seit wann hat Benjamin denn ein Haus? Benjamin? Benjamin hat schon einen besseren Tisch als ich. Dabei bin ich der Sultan. Guck mal, Benjamin. Benjamin. Alter, Benjamin ist so unimpressed von allem, was ich mache. Dabei weiß er doch, wer hier anwesend ist. Oh je. Schon er dritt, schon er dritt, schon er dritt. Benjamin! Benjamin! Dein Sultan ist da! Der Karavane zieht weiter. Der Sultan hat Durst. Der Sultan hat Durst. Der Sultan hat Durst. Mit massiven Wänden. Jetzt kann ich endlich Klappmesser machen, ohne dass meine Behausung einst... Ach so. Puh. Ich dachte, was für Klappmesser will denn Benjamin da bitte machen? Aber er meint die Übung. Er will keine Klappmesser herstellen. Soweit ich das jetzt verstanden habe. Das wäre auch ein bisschen... Schweinerei. Skandal. Große Panik. Ich habe geweint. Nicht nur eine Stunde. Eigentlich fünf. Wunderschön. Was haben wir da? Ein Flussbarsch. Bist du leicht beeinflusst, Barsch? Hahaha. Ich gehe jetzt erst mal Mira besuchen. Da habe ich geschrieben, dass sie ein geiles Karnigel ist. Und sie hat sich einen Tisch gekauft, der aussieht wie für eine Dreijährige. Ich habe das Gefühl, Mira hat so ein bisschen Daddy-Issues. Mira! Ich bin nicht mehr Kedos. Ich bin es. Alle zieht weiter. Der Sultan hat Durst. Der Sultan, der Sultan, der hat Durst. Ich bin es. Der Sultan. Sag, hilfst du mir aus der Patsche und baust die drei kleinen Häuslein für mich? Mach ich glatt, okay, von mir aus, wenn es sein muss. Wenn es sein muss, Tom. Bezahl mich mal endlich anständig, du Halsabschneider. Danke. Danke, danke, danke. Ich bin dir auf alle Ewigkeit ergeben. Das kannst du aber auch glauben, denn... Hanneva, 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 Nukabene. Hanneva, 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 Nukabene. Ich bin der Sultan. Ja, einfach raus da. Einfach raus aus der Nummer. Wird nichts mehr. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.